Servus, ich bin der Stefan Nützel und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Quick-Tipp hier in meinem Kanal. Im heutigen Film geht es um die zwei wichtigsten Bücher zum Malen und Zeichnen. Ich gebe es dir zu, der Titel war ein bisschen reißerisch, jedoch steckt ziemlich viel Wahrheit drin, denn diese Bücher, die ich meine, haben konkret jetzt nicht wirklich damit zu tun, wie man zum Beispiel besser Öl malt oder Aquarell malt oder sonst was in der Richtung, sondern es sind zwei Bücher, die mich schon während meiner ganzen Malerlaufbahn begleiten. Und das eine Buch ist Max Dörner und seine Malmaterial und seine Verwendung im Bilde. Jetzt muss ich gerade mal spicken, habt ihr es gemerkt? Ja, auf jeden Fall, weil nämlich die Titel so ähnlich sind. Das zweite Buch ist der Wählte, Werkstoffe und Techniken der Malerei. Das erste Buch, der Max Dörner, manchen mag er vielleicht ein Begriff sein, er war der Leiter der Restaurierung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und hat dann auch Maßgebliches für die Forschung geleistet. Und diese ganzen Erfahrungen, die er als Restaurator gesammelt hat, die sind in diesem Buch dann natürlich vereinigt. Also das heißt, er hat eine profunde Kenntnis der Malmaterialien und Techniken gehabt. Und dieses Buch ist 1929 rausgekommen. Das zweite Buch, das ich euch vorstelle, ist eben der Wählte mit den Werkstoffen und Techniken der Malerei. Und der Wählte waren Schüler vom Dörner und dieses Buch wurde 1967 publiziert. Also ist so alt wie ich. Ja, und wie ihr schon seht, das ist echt ein ziemlicher Wälzer. Also wenn ich jetzt nicht vorher trainieren gegangen wäre, hätte ich da gar nicht die Möglichkeiten, dieses Buch hochzuhalten. Denn das ist eine alte Ausgabe, die ich auch, glaube ich, seit 25 Jahren oder erschreckenderweise, glaube ich, 30 Jahren habe. Denn das ist eine Ausgabe, die damals 200 Mark schwer war. Und in der Ausgabe, was ihr nämlich so dick macht, das sind die Techniken der Wandmalerei. Also das heißt, ungefähr die Hälfte des Buches ist Wandmalerei. Also falls ihr nicht unbedingt in die Freskotechnik oder das Graffitotechnik gehen wollt, dann braucht ihr das gar nicht. Und es gibt eine neuere Ausgabe. Was beim Dörner interessant ist, das ist, dass er aufgrund dessen, dass er Restaurator war, hat er zum Beispiel Kapitel drin, wo er beschreibt, wie denn die alten Meister gemalt haben hätten können. Und er versucht es nachzuvollziehen mit unserem heutigen Material. Und er ist nicht davon ausgegangen, dass er sagt, dass diese Maler dann auch so gemalt hätten, sondern nur, wie man einigermaßen dorthin kommen kann. Als Fußnote kann ich euch noch tippen, dass ab irgendeiner Auflage, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil das ist jetzt auch ein Buch, das ist jetzt nicht einmal das Buch, das ich schon seit jeher habe, weil das, das ich in Betrieb habe, das schaut viel mehr runtergeschmuddelt aus. Ich habe hier diese Ausgabe, habe ich bei der Caritas gekauft, also Caritas, nämlich Second Hand. Und es ist echt ziemlich gut in shape und hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Also das heißt, bei dem Buch würde ich euch auch empfehlen, dass ihr unbedingt eine Ausgabe nehmt, bevor sie der Thomas Hoppe bearbeitet hat. Denn der Dörner, könnt ihr euch vorstellen, dadurch, dass der schon seit 1929 auf dem Markt ist, immer wieder von verschiedenen Leuten überarbeitet wurde und auch aktualisiert wurde. Denn in der Nachkriegszeit, also sprich 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, war das eben so, dass die Acrylmalerei dazugekommen ist und die ist auch aufgenommen. Also beim Dörner ist das Interessante, dass er durch die profunde Kenntnis der Maltechniken und durch die Restaurierung, hat er ein paar Kapitel da drin, in denen er beschreibt, wie die alten Meister den gemalt haben hätten können. Und er versucht, das Ganze zu replizieren mit den Materialien, die ihm zur Verfügung standen. Und er geht nicht davon aus, dass das tatsächlich so gewesen ist. Und dann in den späteren Auflagen, und ihr könnt euch vorstellen, dass das Buch von 1929, wow, 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 ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Buch von 1929 in mehreren Auflagen existiert. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt schon ist, die 20., 21., ich habe keine Ahnung. Und es wurde dann nach Dörners Tod von unterschiedlichen Leuten bearbeitet und unter anderem dann die letzte Auflage war vom Thomas Hoppe oder die letzten Auflagen waren vom Thomas Hoppe. Ich würde euch empfehlen, schaut, dass ihr das antiquarisch herbekommt und kauft euch nicht die Thomas Hoppe Ausgabe, denn in der Ausgabe ist es so, dass er diese ganzen super tollen Artikel rausgeschmissen hat. Und das ist so eine Sache, was dann etwas schade ist. Also, antiquarisch, ich weiß nicht, ich habe hier jetzt die 19. Auflage, na, 17. Auflage, bearbeitet von Hans-Gerd Müller. Würde ich euch empfehlen. Ich möchte euch jetzt noch etwas den Dörner vorstellen, besser gesagt einfach mal mit euch durchblättern. Ich mache das dann auch beim Wählte nochmal. Und ihr seht schon, das war jetzt der, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Und ich habe sogar ein Ex Libris drin, von demjenigen, der es hier vorher gekauft hat. Wir haben jetzt hier den Max Dörner, dann haben wir noch den Toni Roth, der das dann bearbeitet hat bis zur 13. Auflage. Und hier ist es eben der Gerd-Dieter Müller, der das dann weitergemacht hat, wie ihr seht. Und der Thomas Hoppe, wie schon erwähnt, den sollte man vermeiden. Also, das heißt, der hat das Buch dann ganz stark umgekrempelt. Und dementsprechend ist es dann fast nimmer brauchbar, finde ich. Also, weil es dann zu arg in mal technische Analysen geht, die für uns Praktiker gar keinen Zweck haben. Und ihr seht schon, die Auflagen von 1929, 1933, 36, 38, 41, die goldene Zeit. Auf jeden Fall, warum der Dörner auch so bekannt ist, das muss man dazu sagen. Also, wir haben hier eben auch dann die wissenschaftliche Beschreibung mit den Farbmitteln, Pigmente, Farbstoffe, anorganische, organische. Also, das heißt, es geht auch ziemlich tief. Das wird auch beim Wilde so sein, darum kann ich mir jetzt beim Wilde dann auch sparen. Und wir haben hier dann auch Malmaterial, Gesundheitsschutz. Also, es wird alles abgedeckt, was jetzt hier auf den Farbtuben drauf sein kann. Und dann werden hier die Pigmente beschrieben, was ziemlich interessant ist. Denn es ist das, wie sie entstanden sind, wie sie hergestellt werden. Dann die maltechnischen Schwächen, die maltechnischen Stärken, zum Beispiel von Kremserweiß, also das heißt Bleiweiß. Und es ist natürlich super, also das ist für so ein bisschen, für leichte Lektüre in der Nacht. Also, wenn man gut schlafen möchte, sollte man unbedingt die Pigmente durchlesen. Aber es gibt ja auch Leute, die finden das wahnsinnig spannend und dementsprechend. Hier, Titandioxid, also ein Weiß, das wir alle verwenden. Und so werden dann alle Pigmente durchbesprochen, was richtig cool ist. Dann geht es zu den Bindemitteln. Da haben wir zum Beispiel hier die Gummi-Arabicum, also die tierischen Leime, Casein. Also, das wären dann Hühnerei als Bindemittel, Kunststift-Dispression. Und dann hier, nicht unmaßgeblich, die Malgründe. Und da wird halt erklärt, aus was jetzt Leinen gebaut wird, also das heißt Flaxgewebe, Baumwolle und wie eben diese verschiedenen Materialien sich dann in der Verwendung verhalten. Da Holz, wie es am besten verwendet wird, also wie es macht. Also, es ist wirklich, es deckt alles ab. Hier haben wir zum Beispiel ein Kapitel über das Grundiermaterial. Und diese Kapitel sind natürlich super, weil hier hat man einfach dann die Rezepte. Das wird man dann beim Wählter auch sehen. Die Rezepte sind beim Wählter ein bisschen klarer, eben dann auch hier gekennzeichnet. Also, da muss man natürlich hergehen und ordentlich dann mit dem Bleistift arbeiten. Das ist jetzt echt auch blöd, weil diese Ausgabe, ich glaube, die ist nie benutzt worden, die der Herr da vor mir gehabt hat. Und man sieht auch, dass da natürlich auch keine Notizen gemacht wurden. Und hier werden dann die Maltechniken vorgestellt. Fängt dann mit der Ölmalerei an und geht dann durch die verschiedensten Ölfarbsysteme, Harzölfarbe, Alkydharzölfarbe. Also, das heißt, bei der Alkydharz, da sind sie dann schon auch so, dass der Dörner das bestimmt nicht gehabt hat, sondern dass das dann auch Nachfolger, die das dann bearbeitet haben, mit reingenommen haben, weil das einfach eine Sache war, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann erst gekommen ist, das Alkydharz. Das Alkydharz, da werde ich dann auch nochmal gesondert, einen Film drüber machen, weil das ist auch ein Malmittel, das ich immer wieder verwenden werde. Ja, und dann sind eben auch hier, dann konkret wird hier beschrieben, es wird konkret beschrieben, wie zum Beispiel die Prima-Malerei funktioniert. Und jetzt seht ihr natürlich auch ganz gut, dass es hier keine Illustration dazu gibt. Und das schreckt viele Leute ab, weil wir wollen es ja natürlich sehr bunt haben und möglichst natürlich auch in YouTube-Form, wobei ich natürlich da mich auch als schuldig erklären muss, weil ich natürlich auch diese YouTube-Filme mache. Aber hier ist es so, dass man tatsächlich auch ein bisschen Vorkenntnisse haben muss, um sich die ganze Sache vorzustellen. Ich werde es jetzt einfach mal auch dann ein bisschen beschleunigen. Hier haben wir jetzt einfach auch dann zum Beispiel die ganzen Malmittel mit ihren Rezepten. Dann haben wir hier Temper-Malerei und Harzölfarbe, Pastell-Malerei, Acryl-Malerei. Also das heißt, es wird alles abgedeckt. Wandmalerei hat er auch zum Teil abgedeckt, natürlich nicht so konkret und profund, wie der wählte, weil das einfach auch ein Themengebiet ist, das tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig populär ist. Also dementsprechend haben sie es einfach nur grob behandelt. Wir haben jetzt hier die Fresko-Malerei und hier wird dann der Kalk erklärt. Die Rezepte sind auch wieder da. Und dann haben wir eben diese Kapitel hier mit den Maltechniken. Hier haben wir die Technik des Rubens und der Niederländer, Harzölfarbenmalerei. Und wie schon erwähnt, hat er in dem Kapitel das dann auch so, also hier haben wir zum Beispiel die Technik der Florentiner Malerei, des Trecento und der Trattato della Pittura di Cennini. Und hier haben wir zum Beispiel die Technik des Van Dijk und der Altdeutschen, eine Mischtechnik. Und diese Kapitel sind wirklich absolut brillant, weil man kann dann auch wie nach Kochrezepten vorgehen und kann sich da mal drüber machen, falls es einen freuen sollte. Hier auf jeden Fall Techniken der alten Meister. Ja, das sind so meine Lieblingskapitel gewesen, wo ich mich dann der Malerei genähert habe. Und er geht eben auch dann jetzt ins 19. Jahrhundert rein, um dann auch grob mal ein bisschen zu beschreiben, wie verschiedene Maler vorgegangen sind. Und da beschränkt er sich dann auch sehr drauf, zum Beispiel bei Delacroix war das so, dass er sich dann sehr auf die Tagebücher von Delacroix bezieht und da Auszüge nimmt, wo der Delacroix sich dann auch konkret geäußert hat zu seiner Technik. Und es geht an Arnott Berklin, Hans von Mares, Wilhelm Leibel, Karl Schuch, ein Österreicher, ein Wiener und eine Sache ist Segantini. Eine Sache muss ich nur dazu sagen, ich weiß nicht, ob er hier erwähnt wird. Das wäre natürlich schade. Doch, da haben wir ihn. Hier Otto Dix, 1891 in Gera, 1969 in Singen gestorben. Da ist es eben so, dass der Dix sich sehr stark auf den Dörner bezogen hat, weil der Dörner hat eine Technik dann propagiert, das ist die Dörnersche Mischtechnik. Das heißt, das ist eine Öltempera oder besser eine Eitempera mit Ölanteilen und dann Harzölfarben drüber. Und diese Technik hat der Otto Dix in seinen Hauptwerken verwendet. Also das heißt, den Dix seine Technik ohne den Dörner würde es so nicht geben. Ja, und dann haben wir doch glatt für die visuellen Menschen unter uns am Schluss dann noch den Tafelteil. Ihr seht schon, die Bilder sind jetzt nicht gerade letztes Jahr gemacht worden. Und er beschreibt dann zum Beispiel hier jetzt den Bildaufbau in der Mischtechnik. Das heißt, Kreidegrund, die verschiedenen Tönungen, die Vorzeichnungen, dann die Untermalungen und dann die Lasuren drüber. Also richtig, richtig toll, muss man ehrlich sagen. Also dann haben wir halt natürlich andere Techniken abgedeckt, wie jetzt die Pastellmalerei, William Turner. Dann die Encaustic, also das heißt Wachsmalerei. Und dann geht es in dem Fall, hier sind zum Beispiel die Mumienporträts von Fayum, die man auch zum Beispiel in Wien ganz gut sehen kann. Sehr sehenswert. Wenn man bedenkt, dass die im frühes erstes Jahrhundert nach Christus sind, das heißt, die sind 2000 Jahre alt. Und wenn ihr die seht, die hauen einen wirklich um. Porträtsähnlichkeit, wie aber auch der Erhaltungszustand. Und da muss man natürlich sagen, die beiden besten und haltbarsten Techniken sind tatsächlich, ist es hier beschrieben, sind die Encaustic, also die Wachsmalerei und die Eitempera-Malerei. Also das heißt, Bindemittel Wachs oder Ei haben sich die Pigmente am besten erhalten. Hier haben wir natürlich dann den Van Eyck und da haben wir dann den Tiziano Vecello. Also, und hier ist es so, dass er aufgrund dessen, dass er in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gearbeitet hat und dort auch die Restaurierungen gemacht hat. Und in diesem Fall dann auch so, dass diese Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die Skizzen zum Medici-Zyklus vom Rubens haben. Und aber auch einige der Hauptwerke von Rubens hat er sich mit Rubens ziemlich gut ausgekannt. Und hier ist es auch so, dass das hier eine Rumskizze ist, wo man genau erkennen kann, wie der Bildaufbau ist. Und hier haben wir dann eine Kopie, wo er versucht, dann den Effekt der Untermalung nachzuvollziehen. Ja, es geht dann einfach auch noch durch die verschiedenen Maler. Da geht es dann auch ins 20. Jahrhundert. Und dann eben Wandmalerei, Glasfenster und das wäre es. Hier seht ihr nochmal den Rücken. Auf jeden Fall, sehr empfehlenswertes Buch. Beim Wählte ist es so, dass der Wählte Schüler vom Dörner war. Und zu der Zeit, wo er auch das Buch rausgebracht hat, war er Maltechnikprofessor an der Stuttgarter Akademie. Das heißt, wo der Dörner viel mehr aus der Restaurierung kommt und von den Maltechniken, die natürlich basieren auf den alten Meistern, ist es eben so, dass beim Wählte es so ist, dass er auch aus der praktischen Anwendung kommt, wie er das auch dann die Maltechnik den Studenten vermittelt hat. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, ist der Kurt Wählte. Das ist in dem Fall Werkstoffe und Techniken der Malerei. Und das ist jetzt hier die vierte Auflage. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. Die vierte Auflage, auch hier sehr schick, meinen ehemaligen Schülern gewidmet. Das ist jetzt von 1990 das Buch und die Originalausgabe ist von 1967. Und wie ihr schön sehen könnt, ist es so, dass es auch relativ umfangreich ist und am Anfang des Buches steht, also ihr seht, das ist jetzt eigentlich nur die Inhaltsangabe, also ordentlich kann man sagen. Und am Anfang ist es so, dass er die Grundelemente der Maltechnik, das heißt, die Bindemittel, Farbe und Grund, dann geht es hier in das Kapitel, wo ist er mal, in dem Fall beschreibt er einfach auch die Farbmittel, eigentlich auch sehr wissenschaftlich und von der Maltechnik hier, zum Beispiel die Lichtechtheiten und diese Bezeichnungen, wie die Pigmente funktionieren. Und genau wie der Dörner ist es so, da seht ihr, das ist meine Ausgabe, da habe ich schon dran gearbeitet, hier habe ich das Bleiweiß, Kremserweiß und er hat das ein bisschen knackiger gemacht und vor allen Dingen auch etwas übersichtlicher, indem er eben auch diese Kapitel so gegliedert hat, dass man die Informationen etwas besser findet. Das wird in der aktuellen Ausgabe immer noch sein und hier werden dann die verschiedensten Pigmente, Baritgelb, Strontiumgelb, Kobaltgelb, Aureolin, Auri-Pigment. Also hier ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es noch ein bisschen umfangreicher ist und ich glaube, dass in der Zwischenzeit dann auch noch andere Pigmente sogar dazugekommen sind. Malachit, sie gehen auf die historischen Malmittel natürlich genauso ein wie auf die zeitgenössischen. Hier haben wir jetzt eines meiner Lieblingspigmente, Phthalo-Cyanin-Grün. Hier haben wir jetzt die blauen Pigmente und hier haben wir schon gleich mal Lapislazuli. Aber ich will das Ganze jetzt nicht unbedingt in die Länge ziehen, weil es echt richtig umfangreich ist. Und hier haben wir dann das erste Kapitel, die Wandmalerei. Und die Wandmalerei, ob ihr es glaubt oder nicht, geht so weit. Das heißt, wir haben hier alle Techniken der Wandmalerei abgedeckt. Und deswegen ist das Buch auch so fett. Ihr seht ja, tatsächlich die normale Ausgabe wird dann eigentlich auch nur so dick sein. Und hier sind wir dann bei den Techniken der Tafelmalerei. Und das ist dann das, was uns wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Interessanterweise hat der Dörner mit der Ölmalerei angefangen. Und der wählte, schreibt erstmal Allgemeines über Zeichnen und Malen und geht dann auf die Zeichentechniken ein. Wie zum Beispiel, womit zeichnen wir, worauf zeichnen wir und wie zeichnen wir. Das war eine gute Frage. Ja, und da rötelt bist du, er deckt auch wirklich alles ab. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Rezept für Kolophonium fixativ. Das heißt, es sind immer wieder diese verschiedenen Techniken. Hier Silberstifttechnik, falls man mal in was Älteres eintauchen möchte, haben wir hier dann Rezepte für den Silberstiftgrund. Also, da geht es dann auch weiter. Es sind Federn, Tusche zeichnen, die Zeichenflächen, die verschiedenen Papiere werden beschrieben. Hier haben wir Aussprengtechnik wie aber auch Schabtechnik. Solche Sachen ist jetzt nicht so wahnsinnig populär heutzutage mehr. Aber es ist schon auch so eine Sache, falls man mal was nachschauen möchte und sich informieren möchte oder einfach auch mal wieder eine künstlerische Frischzehenkur begehen möchte. Dementsprechend hat man die Möglichkeit, sich da auch mal wieder eine Inspiration zu holen. Pastellmalerei. Hier zum Beispiel die verschiedenen Fixative, die man selber machen kann. Wir sind natürlich heutzutage so faul und gehen in den Künstlerbedarfshandel und kaufen uns diese Sachen. Aber es bietet hier auch die Möglichkeit, dass ihr euch die Rezepte aus den Büchern rausnehmen könnt. Hier, Wasserfarbentechnik, hier hat auch ein gesonderes Buch über Aquarellmalen oder Ölmalerei gemacht. Die sind aber nicht mehr in Druck. Ja, und auf jeden Fall geht es natürlich dann so durch. Wir haben jetzt hier dann die synthetischen Emulsionen. Da wäre man natürlich logischerweise von der Tempera, kommt man natürlich dann zu den synthetischen Emulsionen, sprich der Acrylmalerei. Und da beschreibt er dann die verschiedenen Techniken auch und auch wie Tempera verwendet wird. Verschiedene Temperatechniken, die Temperatechniken der alten Meister. Und was natürlich beim Wähltes sehr gut ist, das ist, dass er tatsächlich dann konkret auch so Vorschläge macht, die wir auch immer auch so schätzen. Und das ist der Unterschied auch zum Dörner, weil er aus der Lehre kommt und auch diese Fragen wahrscheinlich dann in seinen Vorlesungen gestellt bekommen hat. Nämlich im Hinblick darauf, dass es die Frage ist, welche Pigmente soll ich überhaupt verwenden. Und hier hat er zum Beispiel eine Auswahl von verschiedenen Pigmenten, wo er eine Kleinstskala, eine Normalskala und eine Studienskala hat. Also das heißt logischerweise, die Normalskala ist die, wo auch teure Pigmente drin sind, wie Cadmiumgelb und Cadmiumrot. Wohingegen in der Studienskala hat er eben dann diese Cadmium-Pigmente ersetzt durch günstige Ersatzpigmente. Also das heißt für die Studis, die nicht so viel Geld gehabt haben. Man hat aber auch die Kleinstskala, wo man sagt, okay, damit kommt man ganz locker aus. Und diese Sachen sind wiederum beim Wählte etwas besser, weil da ist es eben so, dass der Wählte ganz konkret und wir haben es jetzt gleich in der Ölmalerei, wird es so sein, dass auch wieder dann, was die Beschreibung der Technik richtig gut ist, muss ich sagen. Also und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Sachen habe ich auch mal gelesen. Ja, denkt man nicht. Ja, da ist es wieder so, wir haben jetzt hier dann auch immer wieder so die Rezepte drin, die man auch ganz gut finden kann. Man kann sie dann markieren und rausstreichen, wie man sie braucht. Hier haben wir dann Hinterglasmalerei. Also es deckt wirklich alle Techniken, bildnerischen Techniken ab. Also das ist natürlich super. Und dann haben wir hier Sondertechniken, Kapitel, Wismutmalerei, Sachen, die man heutzutage, Universaltechnik auf Tafel und Wand, also es sind die verschiedensten Sachen, Vergeudungen und Metallauflagen. Also das heißt, wenn man jetzt den Fußstapfen von Klimt und Co. wandeln möchte, dann sollte man sich das Buch dann auch nochmal zulegen. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Grundlagen der Vergeudertechniken. Also es deckt tatsächlich einmal alles ab. Also richtig, richtig toll. Und jetzt ist es dann so, dass wir hier jetzt, was ich natürlich auch mit Freuden gelesen habe, das war hier dieser Anhang über Farbenlehre. Und das ist natürlich auch unbezahlbar, weil er auch aus dem Unterricht kam und dann auch seine Erfahrungen mit den Studierenden dann zum Besten gibt. Und das ist auch ein tolles Kapitel. Sehr empfehlenswert. Und wie auch beim Dörner, haben wir hier hinten den Bildteil, der noch ein bisschen umfangreicher ist, wo es dann Farbaufstriche gibt mit dem Verblassen der Farben, dann die verschiedenen Pigmente, wie zum Beispiel hier Lapislazuli, wo dann die Pigmente gezeigt werden, dass eben Lapislazuli ein Halbedelstein ist. Dann haben wir hier den grundsätzlichen Malaufbau, wie die Problematiken sind, wenn wir jetzt zum Beispiel Schwundrisse haben. Also es ist wirklich alles abgedeckt. Dinge, die wir schon immer wissen wollten, Musikmalerei, das ist natürlich dann halt auch der Teil zur Wandmalerei. Aber wir kommen hier natürlich schon zur Ölmalerei, zu Zeichentechniken, verschieden getönte Papiere und Pastellmalerei, Aussprengtechnik in Aquarell. Und hier ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie so eine Untermalung ausgesehen hat, die er dann unterrichtet hat, weil es, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es ein Bräugelbild, ist eine Kopie nach Peter Bräugel. Und wir haben hier die Grisaille-Tempera-Untermalung und dann mit Harzölfarben überarbeitet. Ja, es geht dann wirklich so querbeet durch die verschiedensten Sachen. Wir haben ja zum Beispiel ein Beispiel an einem impressionistischen Bild, wo zum Teil dann das Firnis abgenommen wurde, was wirklich interessant ist, wie die Bildwirkung verändert wird durch das Firnis. Seht ihr, wie gelb zum Beispiel die Wolken sind und wie die Himmelsfarbe sich verändert. Also das heißt, die Farbwirkung ist eine total andere. Ja, also es ist so, es geht wirklich auf alles ein. Das sind hier jetzt dann auch die Forschungssachen, wie zum Beispiel jetzt der Röntgenfilm, die verschiedene Pigmente aufnimmt. Also Kremserweiß ist natürlich so das populärste Pigment, weil das natürlich in den Röntgenaufnahmen immer wieder gut zu sehen ist. Und dann auch Farblehre. Dann haben wir noch einen Schwarz-Weiß-Teil, weil damals natürlich die Reproduktionen relativ teuer waren. Und es geht, also ich finde, das sind natürlich echt geniale Beispiele drin. Wo kommt es jetzt? Ich habe es doch gleich. Nämlich auch wieder, Otto Dix wird gezeigt mit dieser Mischtechnik. Das heißt hier diese Untermalung, Eiltemperäunermalung und Harzölfarben. Und hier hat er wirklich konkret dann die Studien oder die Stadien eines Otto Dix-Bildes, was ich natürlich super spannend finde zu sehen. Und es geht natürlich dann auch dahin, restauratorische Geschichten, wie aber auch zum Beispiel, wie Keilrahmen dann abgespannt werden, transportiert werden, große Formate, also Segantini gemalt hat. Hier auch die verschiedenen Stadien einer Prima-Malerei vom Professor Leo von König. Auch cool. Hier haben wir wieder verschiedene Stadien von einem Otto Dix-Bild, was natürlich unbezahlbar ist, ist einfach auch mal zu sehen, wie diese Meisterwerke entstanden sind. Weil das ist in dem Fall auch dieses Tryptych und der Krieg. Und man hat hier die Möglichkeit, mal zu sehen, wie er diese Untermalung gemacht hat. Also alles in allem auch ein richtig cooles Buch. Sehr empfehlenswert. Hier die Rückseite auch sehr schick. Der Rücken, ich habe leider logischerweise den Schutzumschlag nicht mehr. Tuscheflecken. Hat der Betrieb. Sehr empfehlenswert. Was beide Bücher gemein haben, ist, dass sie fast alle bildnerischen Techniken abdecken. Es geht von Zeichnen verschiedenster Papiere über die verschiedenen Pigmente, wie man Kohle selber machen kann. Und vor allen Dingen natürlich Malmittelrezepte, Leinwand grundieren, Papier grundieren, Graffito-Gründe, nennen es. Also das heißt, es ist so, wenn man dann auch tatsächlich Rezepte braucht, also auch was nachschauen möchte, wie man zum Beispiel eine Grundierung ansetzt, wie zum Beispiel die Malmaterialien sind, also die Maluntergründe, Leinen und, 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 hat man die Möglichkeit, in beiden Büchern nachzuschauen. Und da ist es auch so, dass ich mich jetzt nicht wirklich entscheiden kann, welches da jetzt auch besser ist. Weil es ist so, dass eben im Welte zum Teil auch aus der Lehre Dinge drin sind, wie zum Beispiel er mit den Studenten umgegangen ist. Also oder auch, dass er sagt, er hat eben in den 60er Jahren Maltechnik dort unterrichtet und hat dann auch Leute gehabt, die zum Beispiel beim Hans Hartung studiert haben und somit relativ, nicht nur relativ, abstrakt gearbeitet haben mit Strukturen. Und er hat dann auch alle dazu gebracht, dass sie auch mal eine eidmeisterliche Kopie machen mit Eitempera-Untermalung und Harzöl-Lasuren oder überhaupt Öl-Lasuren. Und er meinte dann auch, oder er meint in dem Buch, dass es den abstrakten Malern auch nicht geschadet hätte. Denn es ist eben so, dass in der Malerei, egal welches bildnerische Konzept man hat, es ja dann trotzdem darauf ankommt, welche Untergründe verwendet man und wie verwendet man seine Farben, dass sie dann auch eine gewisse Haltbarkeit bekommen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch auch etwas inspiriert, denn ich möchte auch in der nächsten Zeit immer wieder mal verschiedene Bücher vorstellen, die ich als wichtig empfinde, die mir auch geholfen haben, die mich inspiriert haben. Und in diesem Sinne freue ich mich über Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch Anregungen geben, in welche Richtung ich weitermachen sollte oder welche Themen ihr vielleicht auch mal abgehandelt werden haben möchtet. Komplizierter Satz. Ja, außerdem freue ich mich über Likes und wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr ihn abonniert, könnt ihr diese kleine Glocke drücken. Dann bekommt ihr auch immer die Benachrichtigungen, wenn ich einen neuen Video hochlade. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Servus. 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 Servus.